moin sind liebe youtuber herzlich willkommen auf meinem kanal ich habe jetzt eben gerade mal wieder meine prime liste durch geguckt und habe den film anti live aus dem jahre 2020 geguckt eines der unzähligen produktion mit bruce willis hier ist der bruce willis aber auch noch so fit hier sieht man hier und da noch mal aber dass er ein stecker im ohr hat quasi was der regisseur ihm halt so ins ohr gesagt hat ja anti live science fiction film sehr sehr schlecht also ich gebe jetzt hier auch schon mal eine bewertung von zwei möglicherweise von vollen zehn punkten bekommt er nur eine zwei von mir und das ist nicht viel ja ein science fiction film da hat mir jetzt sogar der der andere film mit ihm eigentlich noch ein bisschen besser gefallen hier cosmic sinn war dann war es war noch wesentlich besser als anti live also und da gehört schon was zu und anti live hatte aber bessere dialoge also hier müssen die menschen 300 menschen die erde schlagartig verlassen weil auf der erde eine seuche herrscht so und sie quasi durch ein wurmloch wieder also zurück zur erde also quasi quasi in die vergangenheit dass sie wieder auf der erde leben können ja und bruce willis spielt den clay bruce willis kommt dann schon gleich ganz zu anfang und haut in einem typen so so sowas in die fresse ne also das war schon ziemlich gut joa dialoge von bruce willis waren eigentlich ganz ganz passabel dann hat man hier noch ein ein verliebtes paar die eine ist schwanger und quasi die tochter vom was ist das jetzt präsidenten oder so ne auf jeden fall ist er ein hohes tier so aber er darf das jetzt nicht mitkriegen dass schwanger ist von cody carols lee genau und die tosi habe ich jetzt gar nicht hier mit aufgeschrieben aber hier haben wir star besetzung hier haben wir james thomas jane der hat ja auch den den punisher gespielt von 2004 und in anderen filmen kennt man den quasi auch also ist es eigentlich ein ziemlich guter schauspieler dann hat man hier noch ralf möller irgendwo in der nebenbesetzung ist mir jetzt nicht aufgefallen also zumindest ist mir sei nicht aufgefallen timothy nur bei ja also das sind so diese bekannten und auf der raumstation hat sich quasi ein fremder parasit ein genistet also quasi außerirdisch ja dem dem ein dringt da quasi in die bierflasche hier sein bier fällt um und ja ein wurm geht da rein und er trinkt derzeit das bier so wie ich jetzt und ja quasi explodiert er dadurch und reicht die seuche der natürlich weiter und die menschen werden auseinander gerissen und bauen sich nachher wieder zusammen durch den fremdartigen parasiten ja und bruce willis und die crew versuchen halt alles um das um die 300 menschen in diesen raumfahrzeug wirklich zu schützen was den allerdings nicht so richtig gelingt und sie dringen immer weiter vor zur erde also diese zeitreise zurück zur erde und ja es gibt hier und da dann noch mal die 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 waffen die sind auch nicht gerade richtig toll also hier bekommt ihr quasi kein b movie mehr das ist schon 10 movie was was man hier so an waffen sieht das sieht wirklich nicht toll aus muss ich schon mal so sagen eher ein sehr schwacher film mit bruce willis ich kann euch jetzt den den ganzen plot twist auch erzählen ja er findet dann halt seine seine geliebte und sie versuchen halt gegen die gegen die aliens halt zu kämpfen und es halt immer mehr und bruce willis schießt sich denn nachher selbst mit der mit der raumstation in den tod und kann die beiden denn durch eine rettungskapsel dennoch retten dass sie zur erde fliegen aber auf der erde herrscht schon den krieg und ja der letzte dialog von dem typen ja wir verbrennen sie alle der film lief jetzt ein bisschen über ne der lief genau 90 minuten 89 und 90 minuten war der lang und zäh der war so lang und zäh ja kann man sich sparen den film also mich hat er auf jeden fall voll enttäuscht also auch die rezensionen die man hier gelesen hat dreieinhalb sterne mal so vier viereinhalb sterne nee das meiste war eigentlich nur drei dreieinhalb sterne von von mir kriegt also andern halb sterne also das wäre jetzt wenn ich hier jetzt einen stern machen würde und denn hier so ein halten also quasi quasi würde das so aussehen so bei mir so halb also kann ich euch nicht empfehlen den film bruce willis hat jetzt aber auch noch weitere filme produziert white elephant fand ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht da war dieser hier anti live mal wieder so richtiges voll desaster aus dem jahre 2020 direkt in der corona zeit ja viele schauspieler die man kannte in dem film aber in meinen augen eine mistproduktion gut das dürfte gewesen sein leute und ich bedanke mich für das einschalten bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal